Wir kommen zum Halbfinale bei dieser EM 2024. Spannung pur. Beide haben große Ambitionen, aber für einen ist heute in Station. Und für einen geht der Traum weiter. Das ist ein Kracher. Da ist eine Menge drin und wir schauen mal, wie beide reinkommen in diese Partie. Vielen Dank. Wir schauen auf die Aufstellung der Türkei. Wir spielen heute in einem offensiven 4.5.1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft. Das ist ein Kracher. Kürzer, 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 Kürzer! Kürzer, 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 Kürzer! Kürzer, 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 Kürzer! 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 Kürzer, Kürzer! Kürzer, Kürzer, Kürzer! Kürzer, Kürzer! Kürzer, Kürzer, Kürzer! Kürzer, Kürzer, Kürzer! Kürzer, Kürzer! Das geht schnell hin. Aber gut. Da ist sie den Platz. Das ist der 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 Platz nicht entschlossen. Schöner Vorstoß. Auf den Schuss mit Exs. Er geht weit rüber. Amj. 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 Gott. Das ist eine gute Frage. Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt was der Oboß! Danke, Lietz. Danke, Lietz. Der ist wieder. Nie kommen wir mehr. Und jetzt kommt die Ecke. Okay, alles erst mal wieder raus. Was wünscht ich? Wieder spätzeit, wird auch spätzeit eine Minute mit so gut geht. Sieht nicht, dass er dafür hat. So, und die Minuten sind vorbei. Die Spieler gehen erst mal in die Kabinett. Und jetzt sind sie wieder weg. Da liegt noch ein Spieler auf dem Boden. Und das können sowas Schlimmeres sein. So, weiter geht's mit einem Schiedsrichtermann. Das machen sie jetzt gut. Und da müssen sie wieder weg. Und das ist jetzt ein bisschen zu schätzen. Das ist das ganze Zeitpunkt. Und das ist schon schwer. Und das sind die Abwechsläume. Und das ist jetzt nicht ganz klar. Aber der Fall ist 14 cm. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Also für mich sind sie da für ein wenig zu passiv. So, und jetzt haben Sie ein wenig zu sehen. Wie ist es denn hier? So, ich habe jetzt hier eine große Herausforderung. Ich habe das vor, dass ich hier ein wenig zu sehen. Ich habe das vor, dass ich hier ein wenig zu sehen. Wie ist es? Ich bin sehr froh, ich bin sehr froh, ich bin sehr froh. Das geht ein Ohr hoch. Chili. Frühes Pressing, sofort ist der Druck da. Jetzt haben sie den Druck da. Frühes Pressing. Frühes Pressing. Frühes Pressing. Hier fangt Schaaf. Jogger vom 0. Der Ball war Arbus. Eben geht ins Zentrum. Frühes Pressing Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Gewahr, das machen wir alle nicht. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das Spiel war ansteckend. Das war das. Gut so, oder? Das ist vielleicht die Chance und die Ecke. Die Ecke kommt! Der Ecke kommt! Der Ecke kommt! Ganz alleine! So, das hat sie! Und wir sehen ja auch die Lube. So halten sie sich das erhofft! Schönes Tor, hier ist sie wiederholen. 1 gegen 1, sieht so weit aus. Ist es wahr? so schwierig es ist, ein Duell der Nerven, da musst du abgezockt sein. Und damit haben wir den ersten Treffer, jetzt könnte das Spiel richtig machen. Ferdinand Caliou. Schala. Bares. Sehr gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Viel Platz für den Konto jetzt. Eine Minute mehr, jetzt noch. Und gleich warten wir nochmal 15 Minuten auf uns, die zweite Hälfte in der Verlängerung. Jetzt läuft die zweite Hälfte in der Verlängerung. Die nächste Hälfte in der Verlängerung. Spät, ganz spät, sie versuche nochmal alles. Ja, geht weiter. Die zweite Hälfte in der Verlängerung. Und sieben Minuten sind es hier noch. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sehr gut. Sehr gut. Die Hälfte, delivered in die Mitte. Da ist der Ball erstmal aus der erste Hälfte in der zweite Hälfte. Die nächste Hälfte, die erste Hälfte in der Ecke, die nächste Hälfte in der ein 2 Minuten vorbei auf der Ruhe. Jetzt siegen! Das ist der Einzug ins Endspiel, nervenstark über den Umweg und die Verlängerung geht's am Ende. Alles egal, das Ziel nicht mehr, wir haben es geschafft und jetzt wird der Spaß, das dürfte ein Feuer mit der Zielgestaltung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017